whisky.de treffpunkt feiner geister hallo und herzlich willkommen bei whisky.de dem treffpunkt feiner geister heute habe ich wieder einen ihren auf dem fass und zwar ist das der height 10 number two und ist ein ja ein whisky mit altersangabe der zweite der serie was hat den ersten der serie hier haben schon ja probiert und vorgestellt und das kommt wieder vom abfüller halten das mit ableisen hibernia destellers vom west cork jeder der jetzt nicht weiß wo west cork ist hier ist eine schöne karte anmerkmal links unten oder auch südwesten von irland ist west cork und da hat sich dann dieser hibernia destillers niedergelassen und es ist ein unabhängiger abfüller diesmal haben wir rum fässer das steht hier glaube ich auch irgendwo drauf rum cask finish non chill filtered 46 prozent ist aber nicht nur rum finish sondern auch mit oloroso cherry teilweise wahrscheinlich sind es ein paar weniger hat ein bisschen weniger einfluss was das für einen einfluss auf den geschmack hat da gibt es ja öfters diskussionen sherry immer süß oder auch nicht wie viel patten chill ist dabei beim sherry ich habe mal so eine kleine tabelle gemacht auf whisky.de bzw ich habe sie auf whisky.com gemacht wurde dann wieder übersetzt und da stehen alle fassttypen drin die im whisky gängig sind und was die für einen einfluss haben das ist jetzt von mir im grunde amateurhaft geschrieben ich habe mir alle sherry alle port was habe ich da noch rum und sonst was bourbon habe ich auch mit reingenommen typen genommen habe mir die generellen charakteristik mal angeschaut wie sowas schmeckt so der oloroso hat dieses nussige und dunkle früchte der px hat halt dieses dieses süße und hat die vanille und süße und sie habe ich dann alle in die tabelle geschrieben dass man sich mal nachschauen kann okay was hat eigentlich was für ein was für ein einfluss im whisky.com habe ich mir sogar noch die mühe gemacht ich habe mir für jede ja nicht für alle aber für 70 prozent der wichtigsten habe ich mir die ganzen herstellungsarten und was die dann für ein einfluss auf den whisky haben noch einen kleinen one pager dafür gemacht kann man alles kann man alles auf whisky.de.com nachlesen auf whisky.de nur die liste ja wer sich ein bisschen mehr über diesen hibernier distillers und douglas hyde der namensgeber für diesen whisky war also was namensgeber danach wurde der whisky benannt interessiert der soll da mal bei horsten video vorbeischauen was ich vorher verlinkt habe oder in der beschreibung unter dem video hierfür muss ich mich mal bedanken bei unserem importeur der hat uns das kostenfrei zum zum vertesten ja zum probieren vor der kamera und vorstellen vor der kamera zur verfügung gestellt und vielen dank dafür schöner ruhe kommt ein bisschen traubiges kam da sofort rüber ich hätte es hier von einem rum nicht erwartet aber der kokken kann auch ein bisschen trügen wichtig ist der geschmack im whisky der whisky ist ein single malt whisky also nur gemalzt nur gemälzte gerste und nur auf potzels also es ist kann mit jedem scotch mit jedem premium scotch mithalten auf dem nach dem papier her aber vom geruch her auch ich weiß jetzt nicht wo das her kommen soll aber für mich ist das richtig schön traube richtig fruchtig aber dann habe ich noch so da merkt man im hintergrund merkt man dann schon wieder oben so eine frischere note tropisch ich weiß nicht was das ist das boah bin ich so essen nicht so oft tropische früchte mango passionsfrucht melone irgendwo ja für mich sind tropische früchte irgendwo erkenne ich den geruch also das aber so direkt gleich am anfang winkt mein immer so wort total der sherry whisky aber wenn man da die nase ein bisschen tiefer rein hält ganz anders auch so eine leichte sind ja ja sprich frische note immer ganz ganz hart nimmt könnte man sagen ja ein bisschen sprittig aber finde ich jetzt nicht mehr sehr frisch es entwickelt sich eine fruchtigkeit das ist so eine so eine mischung oder tropische fruchtigkeit und trockenen früchten das ist jetzt wieder bis auf die tropischen früchte glaube ich habe ich jetzt nicht so viel von der charakteristik vom oben glaube ich getroffen ich habe mich jetzt vorher leider nicht mehr darüber informiert ist glaube ich brauner rum oder sowas steht drauf irgendwo irgendwo ist gelesen dark caribbean rum casks so eine fruchtigkeit hält auch lang wahnsinnig also wahnsinnig also also für mich ist da obwohl man so einen so einen leichten angebrannten geschmack noch hat als wäre irgendwie so trockenfrüchte karamellisiert vielleicht ja so hm ist das was malziges? ne so ein leichter schleier schleier ich finde ihn klasse man merkt aber dass er 46% hat also er überträgt intensives Aroma ist extrem intensiv im geschmack und finde ich echt klasse für einen irischen unabhängigen abfüller ich habe bis jetzt noch recht wenige irische unabhängigen abfüller probiert finde ich super werde ich mir bestimmt nochmal ein Gläschen einfüllen wenn es euch interessiert war jetzt glaube ich einen Monat oder zwei im shop nicht verfügbar aber es kommt Nachschub da habe ich schon nachgeschaut und wird dann wieder verfügbar sein wenn es euch mal interessiert von mir gibt es für die Flasche auf jeden Fall Daumen hoch die finde ich echt klasse für nur 10 Jahre es hat ja einen richtig intensiven runden Geschmack Nase kommt halt die 46% ein bisschen raus aber echt klasse wenn es euch interessiert hat schaut mal im shop vorbei und vielen Dank fürs zu sehen so wir hier Untertitelung des ZDF, 2020